Herzlich Willkommen zu einer der letzten Folgen vom Kalschotratsch in diesem Transferfenster. Logischerweise, weil der Markt endet bald. Mein Name ist Maas und ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video. Achso, Gerüchte sagen, wer nicht sofort abonniert, wird von einer Omi beim Straßüberqueren ausgeraubt. Also geht kein Risiko ein und gönnt. Dankeschön. Feyenoord steht kurz vor einer Leihe von United, Juwel Ahmad Diallo. Laut Medienberichten könnte James Rodriguez zum FC Porto zurückkehren. Der Kolumbianer spielte bereits von 2010 bis 2013 für die Portugiesen. Derweil ist die Leihe von Alvaro Odriozola von Real Madrid zum AC Florenz nun offiziell. Sampdoria träumt von Luka Jovic, so will der Klub versuchen Real und den Spieler von einer Leihe zu überzeugen. Ex-Juventus- und Barcelona-Spieler Martin Cáceres vor Unterschrift bei Cagliari, so soll Montag der Medizin-Check stattfinden. Und Amin Haric steht vor einem Wechsel zu dem Peak Marseille. Allerdings soll es sich nur um eine Leihe ohne Kaufoption handeln. Den anderen Weg, nämlich von Frankreich nach Deutschland, könnte Jonathan Bamba gehen. Oder Jonathan Bamba. Die Härte soll Interesse am Offensivspieler von Lille zeigen. Die Ablöse würde bei ungefähr 20 Millionen liegen, wenn man den Berichten Glauben schenkt. Der FC Sevilla hat ein 50 Millionen schweres Angebot für Jules Kondé abgelehnt. Demnach wollen die Spanier 80 Millionen für ihr Innenverteidigerjuwel. Hishan Wang vor Wechseln nach England. Der Stürmer von RB Leipzig wechselt dem Vernehmen nach zu den Wolverhampton Wanderers. Es soll sich um eine Leihe mit anschließender Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro handeln. Lautaro Martinez und Inter sind sich über Vertragsverlängerung einig. Der Argentinier soll demnach um 4 oder 5 Jahre verlängern und künftig 6 Millionen Euro plus Boni verdienen. Theo und Kupmeiners vor Wechsel zu Atalanta. Nachdem der Transfer lange Zeit ganz heiß war und man dann nichts mehr gehört hat, soll der Deal jetzt doch über die Bühne gehen. Demnach überweisen die Italiener 14 Millionen Euro nach Alkmaar. Der Transfer von Marcel Sabitzer zum FC Bayern wird konkret. Demnach haben die Leipziger ihre Forderungen nochmal nach unten geschraubt und man erwartet eine Einigung bei einer Summe zwischen 12 bis 14 Millionen. Des Weiteren könnte Matthias Ginter im nächsten Jahr ablösefrei nach München wechseln. Zumindest gibt es diese Spekulation. Mois Cans Rückkehr zu Juve soll so gut wie perfekt sein. Der 21-Jährige wird am Sonntag, also für euch heute, zum Medizincheck erwartet. Beim Transfer handelt es sich um eine zweijährige Laie mit anschließender Kaufpflicht in Höhe von 25 Millionen, sollte Juventus die Champions League erreichen. Kennen soll nicht der einzige neue Spieler für Juve sein. So stehen noch die Namen Mauro Icardi, Gianluca Scamacca und Giacomo Raspadori für den Angriff im Raum. Fürs Mittelfeld sind Aurelion, Chouameni und Axel Witze im Gespräch. Also könnten wir noch ein, zwei Neuzugänge erwarten. Kommen wir mal wieder zum Thema der letzten 4 bis 6 Wochen. Wechselt Mbappé zu Real oder nicht? Berichten zufolge hat PSG das Angebot von Real noch nicht angenommen und wartet immer noch. Des Weiteren machen Gerüchte die Runde, dass PSG ein unmoralisches Angebot für Erling Haaland abgeben könnte. Ich will gar nicht darüber nachdenken, wie hoch das Angebot sein muss, um den BVB zu überzeugen. Spekuliert wird über eine Summe um die 200 Millionen, aber ich lege meine Hand dafür nicht ins Feuer. Wijnaldum Nachfolger für Liverpool? Laut Daily Mirror zeigen die Reds starkes Interesse an Brightons Yves Bissouma. Dem Bericht nach fordert Brighton 40 Millionen Pfund für ihr Mittelfeldjuwel. Der Spieler würde perfekt ins Beuteschema von Klopp passen und könnte perfekt die Lücke schließen, die Wijnaldum hinterlassen hat. Ob Liverpool jedoch diesen Preis zahlt, bleibt abzuwarten. Und das war es auch schon mit der Folge für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wenn es euch nicht gefallen hat, beleidigt mich gerne in den Kommentaren, damit ich was zu lesen habe. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, haltet die Ohren steif und ciao, ciao meine Freunde. Danke fürs Zuschauen, macht's gut.